Hier sind wir also das letzte Zimmer stehen geblieben, ja ich kram mich nicht weiter dort oben bei dem Gemälde, das konnte ich nicht ablösen. Tja, ähm, das würde ich im letzten Mal schon ablösen, hier können wir das irgendwie, das ist doch irgendwie das Gemälde nehmen können. Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. Hm, okay, wir können das Porträt nicht abnehmen. Wir haben im letzten Stream das Bild hier runtergehauen von der Wand und haben den Nagel weggenommen. Ich habe sogar nochmal Offscreen nachgeguckt, in einem Workflow, es ist wirklich, wir müssen hier, wir müssen wirklich das Gemälde hier abhupfen. Wenn wir das nicht schaffen, dann sehe ich keinen weiterkommen. Das müssen wir machen, um hier weiterzukommen. Hm. Tja. Ich kann hier wirklich nicht. Ich klicke hier, ich klicke rum. Tja. Da kommt. Trotz Trachten Framer muss hier doch sein, den wir benutzen können irgendwo. Ich blickse gerade nicht. ich habe keine verwendung für die porträts der familie von salat sicher es muss doch einen weg geben wie wir den rahmen nehmen können müssen den rahmen an die tür hängen ansonsten ja ansonsten das war es erst mal so stehen und war anderweitig weiterkommen ich wüsste nicht wie sonst weitermachen könnten ich glaube dass das hier das bett mal gerade eben kann man das vielleicht festnageln ein nagel wird niemals reichen um das bett unten zu halten ich komme nicht dran verdammt okay das bett festnageln wäre eine idee kleiderschrank er ist so modrig dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte es geht nicht auf ich bin was irgendwie ich glaube das wäre nicht an einer visitenkarte interessiert ok ich bin ein bisschen überfragt versuche ich möchte wirklich nicht wissen was darin ist es geht nicht um ich bin jetzt eine eine die 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 sie Oh, wir haben hier einen Hammer. Sekunden, dann können wir bestimmt, wenn wir hier einen Hammer drin haben, braucht es vielleicht nur einen Hammer, um das Bett festzunageln. Nur so eine Idee. Können wir auch mal versuchen. So mit Hammern und Nägeln. Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Hm. Hammer und einen Nagel. Sekunde. So ein Mist. Ich muss erstmal Hammer und Nägel kombinieren, während das Bett unten ist. Hammer. Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Perfekt, sobald ich etwas finde, womit ich das benutzen kann. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Sicher. Tja, also. Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Perfekt. Sobald ich etwas finde, womit ich das benutzen kann. Hm. Das muss doch, das muss, wir müssen, wir haben doch Hammer und Nägel. Sagen wir nicht, wir können das nicht. Wir können hier nicht. Wir können das Bett irgendwie. Wir können mal eine Sache machen, bevor das. Mit Nägel funktioniert das nicht. Mit dem Hammer auch nicht. Sagen wir mit das Bett. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Hm. 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 Was denn sonst? Also, scheinbar kriegen wir es hin. Also, wenn wir Hammer mit... Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Perfekt. Sobald ich etwas finde, womit ich das benutzen kann. Jetzt können wir theoretisch das Bett... ...hämmern. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Es ist doch echt... ...zu hören. Also, wenn wir jetzt hier... Vielleicht Nägel als erstes. Ach. Auf einmal geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Zum Glück haben wir noch einen weiteren Nagel. Da. Das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. So, jetzt können wir uns endlich das Bett... äh... äh... das... das Buch nehmen. Juhu. Wir haben das... Wir haben das Buch. Die Meister-Support-Familien... Geschichte. Okay. Untersuchen wir mal das Skelett. Iba. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Nicht mit ihm reden. Ui. Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Die Nägel stecken ganz schön fest drin. Mhm. Nein. Nicht mit den Nägeln reden. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Aha. Die Nägel stecken ganz schön fest drin. Vielleicht können wir die mit... unserem Beißel rausziehen. Das gibt nicht genug Hebelwirkung, um die Bretter abzustemmen. Okay. Ein Kuhfuß sind wir nicht mit dabei. Aber Sekunde können wir nicht mit dem Meißel... Nein, wir können das gar nicht. So. Ähm. Der wollte doch irgendwas mit einem Rezept zu kriegen. Bestimmt. Sekunde. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Aha. Jetzt muss ich erstmal lesen. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Aha. Tja, also... Ich nehme nicht völlig wahllos Barmänner auf den Arm. Da reden wir so mit ihm. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, sie meinen die, die... Ah, jetzt hat er das Buch. ...war wo Salmon biskde Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scab Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur vier Jahren baute er die größte Suppen-Restaurant-Kette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salat nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich, äh, bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofantiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rappat in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengroft begraben. Das ist sehr gut. All meine Träume wahr geworden. Wir müssen noch mal tot umfallen. Ich nehme nicht völlig wagenlos Barmänner auf den Arm. Tja. So. Einen Trink hätte ich gar noch. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. So, na. Ihr fahrt hier mit dem Rezept. Wir haben hier noch ein Rezeptbuch. Das Rezeptbuch. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Nein. Okay. Achso. Da müssen wir. Da müssen wir noch mal Zutaten holen oder was? An Hack A war es ja. Einen Ei-Pfeffer-Haar in der Sonne, der dich gebissen hat. Haben wir das noch im Inventar? Wahrscheinlich nicht. Hier ist Glock. Verdammt. Autsch. Hier hast du deinen Becher zurück. Mist. Da hätten wir mit. Da hätten wir gut mit. Wir haben doch hier. Und was hier haben wir noch? Rüb-frei. 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 Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. War das nicht das, was wir... Ich nehme nicht völlig wahrlos Barmänner auf den... Ja, reden solltest du. Ich möchte einen Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. Okay, können wir damit... Können wir da vielleicht... Inventar. Das muss da, glaube ich, rein. Und jetzt trinken, bitte. Schon wieder tot. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der jugendliche Erasko Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Sehr schön. In der Familiengruft. Ein brüchiges Loch. Untersuchen wir das als erstes. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Oh. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Große, springende Affen. Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Wahrscheinlich ein Insider an den ersten oder zweiten Teil. Es war schwer genug rauszukommen. Nein. Nicht damit reden. Rominös. Eine Tür. Sie führt zum Friedhof. Okay. Gibt es noch was zu untersuchen? Können wir weitere Grabschändigen betreiben? Uns noch ein Skelett mitnehmen? So. Oh. Ui. Wer ist denn das? Geisterbrows. Es ist ein Geist im Hochzeitskleid. Sie sieht sehr traurig und einsam aus. Oh, hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini Meistersuppe. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debutantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Inselsschönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh. Dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulache. Er hatte solch ein strahlendes Lächeln. Hübsche Namen irgendwie. Ist schon komisch. Ich habe keine Ahnung. Eines Abends stieg er im Hotel ab und ich sei nie wieder. Tja, also... Was ist mit dem jungen Mann geschehen, den du so sehr mochtest? Nun, das letzte Mal sah ich Charles, als er im Hotel eincheckte. Geh ins Licht. Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Kruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Äh... 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 Ja, 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 ja. Eine Schuhe. Du hast wirklich schöne Augen. Muss nicht sein, dass wir heiraten. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Den Ring könnten wir auch gebrochen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling. Mein Kuh, den wir gebrochen. Mein Knuddelduddel. Mein Litschack. Verdammt. Was ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten weg. Der Totenfeuer aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Tja, sie war also mit Litschack verlobt. Wo hat Litschack den Diamanten hingebracht? Der Prolet. Der Unhold. Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Also... Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Wir brauchen einen Ehering, um ihn zu ersetzen. Damit wir den Verlobungsring nehmen können und ab damit den Fluch von Elaine befreien. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Wir brauchen wir in Dietrich. In Dietrich. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Aha. Aber erstmal untersuchen wir den Sarg. Nein. Nicht? Nein. Gar nicht. Nein. Ein Gelenkkranz. Geschmackvoll gemacht. Hi. Hallo, mein Lieber. Das wollte ich nicht. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei. Nein. Okay. Nun gehen wir hier ins Land. Tief an die Gruft hinein. Oh, ein Sankdeckel. Stirb! Was zum... Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich dumm Kopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sarg kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Aha. Wir nehmen den Mowey mit. Hey! Sehr schön. Brichstange. Nehmen wir auch mit. Nehmen alles mit, was wir kriegen können. So, Sargdecke, können wir den bestimmt nicht aufbrechen. Ganz bestimmt nicht. Bist du dir da wirklich sicher? Ich denke, wir können den schon benutzen. Netter Sargdecke. Nein. Okay, eine Schüssel. Mit Suppe bestimmt dran. Ich fühle mich nicht gut dabei, den Toten ihre Suppe zu stehlen. Okay. Sie sieht nicht im geringsten appetitlich aus. Ich fühle mich nicht gut dabei, den Toten ihre Suppe zu stehlen. Es ist Gemüsesuppe mit... Rosinen? Rosinen? Aha. Nein, wirklich. Ich kann nicht. Ich bin satt. Eine Spelze. Oh, mein Arm hängt fest. Mein Blutkreislauf ist unterbrochen. Du musst meine Hand abschneiden. Nein, nein, kleiner Scherz. Aha. Ui. Mord. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppe-Gruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Bölger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämen euch. Barockmusik. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Verdammt. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr, diepischen kleinen Ganoven, schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horror-Romanen gelesen. Also geht's da. Verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Ich bin kein Gewöhnlicher in einer Gruft gefangener Mann. Nun, was bist du denn dann? Mein Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Subraumanomalie gefangen. Du hast kein Schiff. Jede echte Überlichtgeschwindigkeitsreisende wüsste, dass die Umkehrung der Polarität eines Ionenflussfeldes in einer sich expandierenden Tachionenwelle wiederum eine Neutrinospur hinterlassen würde, der man aus der Anomalie folgen könnte. Was ich sagen wollte war, ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Keton, um Frieden ins Reich zu bringen. Trägst du das Mal des Ticks Blick, des Auserwählten, den die Schriftrollen des dritten Schatten prophezeien? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Was ich sagen wollte war, ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Na sicher. Hm, dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Anscheinend nicht. Boah, erzittere vor Furcht, ich bin ein böser Geist. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Geht nicht, ich bin so schüchtern. Du bist kein Geist. Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine tausende von markt teurer Hardware. Das sehe ich ein. Lass mich aus dieser Grufte raus. Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Tja, also die Laterne. Ich komme nicht dran. Verdammt. Ich komme nicht dran. Verdammt. Nein. Es ist eine glühende Laterne. Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Tja. Unheimlich. Ein Gärwolf. Ich komme nicht dran. Nein. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Ich komme nicht dran. Wo kommst du denn überhaupt dran? Das ist das Zeug, aus dem richtig langweilige Träume sind. Tja. Eine Maske. Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Eine Jack-Maske. Das ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Eklig und grässlich zugleich. Das muss der Totengräber sein. Es ist ein Dinosaurier aus. Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Ja, interessante Titel. Es ist ein Poster für irgendein albernes Buch über untote Piraten. Okay. Haben wir noch was Interessantes? Es ist ein Poster von Vampir 12. Die große Sauge. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Moby Dick. Ja, sehr schön. Okay. Wir haben noch ein Skelettarm. Vielleicht können wir... Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Juhu. Wir haben eine Laterne. Was auch immer wir damit anfangen können. Können wir uns auch noch was anderes holen? Spalte untersuchen? Nehmen wir noch ein bisschen was anderes mit? Beim ersten Mal war es witzig. Verdammt.